Jungs, ich bin weg. Tschüss. Mach's gut. Ja, wir können noch einen guten Nachschönen-Fuchen machen. Ja, klar. Kommt. Dankeschön. Haut rein. Er sucht immer noch nach der Nummer. Hey, Leute. Cramix hier. Und heute gibt's mal wieder einen weiteren Vlog auf meinem Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Ich weiß, ihr feiert immer ziemlich diese Vlogs. Also, wir prügeln auf jeden Fall mal den Like-Button, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Weil mir gefällt's auch immer mal wieder, euch so ein bisschen in meinem Leben mitzunehmen. Euch ein bisschen was hinter den Kulissen zu zeigen. Weil meistens seht ihr mich ja eigentlich nur in meiner Gamer-Ecke. Und in diesem Vlog, meine Freunde, haben wir was richtig Heftiges vor. Also, wirklich was richtig, richtig Nices. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen... Ihr wisst ja, ich zocke gerne Fortnite auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal gibt es überwiegend GTA und Fortnite. Aber, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen. Jetzt zur Season 5. Fortnite Season 5. Tauchen ja überall in Real Life einfach irgendwelche Gegenstände aus Fortnite aus. Ob das jetzt zum Beispiel in Kalifornien, in der Wüste dieser Dürr Burger ist. Oder irgendwelche Fahrzeuge aus Fortnite und so weiter und so fort. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass einfach in Städten in Europa Fortnite-Lamas aufgetaucht sind. Und das sogar bei mir in Köln, Leute. Also, hier in Köln, wo ich wohne, ist ein Fortnite-Lama aufgetaucht. Und diese Lamas sind halt einfach mal richtig nice. Also, meine Freunde, das bedeutet, wir werden heute auf die Jagd nach dem Fortnite-Lama gehen. Einfach in Real Life hier in Köln steht das. Ich habe schon etwa abgecheckt, wo es stehen soll. Weil ich habe das... Warum rede ich gerade in mein Mikrofon rein? Mein Mikrofon ist gerade gar nicht angeschlossen. Ich habe schon etwa im Internet abgecheckt, wo das Fortnite-Lama so stehen soll. Und zwar, es soll in Köln beim Neumarkt sein. Für die Kölner oder so, die hier vielleicht auch schon öfter waren. Die wissen auf jeden Fall etwa, wo das ist. Ich weiß auch, wo das ist. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt immer noch steht. Weil ich habe dieses Bild gestern gesehen. Und ich hoffe, es steht einfach immer noch da. Vielleicht finden wir da auch den ein oder anderen Mitarbeiter von Epic Games. Irgendwelche Infos zu Season 5. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur gesehen, dass dort ein Lama steht. Wir werden heute hingehen. Verprügelt den Like-Button, meine Freunde. Abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, los geht's. Übrigens, meine Freunde, da habe ich gestern noch ein neues Bild auf Instagram gepostet. Checkt auf jeden Fall mal mein neues Instagram-Bild aus. Gibt mal ein Herz drauf, ein Double-Tap. Und ich ziehe mich jetzt gerade an. Und dann geht es auch schon raus, Leute. Ich werde noch unterwegs einen Kollegen abholen. Und damit, weil der will da auch unbedingt mal hinterher, der will das auch sehen. Der zuckt auf Fortnite. Und ich bin echt gespannt, was das sein soll. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe das im Internet gesehen. Und zwar in Europa, in vier Städten. Wirklich in komplett Europa. In vier Städten wurden diese Lamas gesehen. Und ausgerechnet circa drei Kilometer von meinem Zuhause aus ist ein Lama aufgetaucht. Viele sind auch immer sehr interessiert, was ich für Klamotten trage. Also ich habe erstmal hier die Nike Janowski an. Einfach solche Low-Tops quasi. Hose von Zara. Ganz normale, irgendwelche Skinny-Jeans von Zara. Nothing special in schwarz. Und ein Y3-Shirt. Wie nennt man das? Yoshi Yamamoto oder so. Ihr kennt die Marke Y3 auf jeden Fall. Ein schwarzes Oversized-Shirt. All black heute mal wieder. Und so kann es rausgehen. Yo Leute, was geht ab? So haben wir etwas in the building. Oder sollst du mein Kameramann sein? Nicht selbst. Der Kameramann übernimmt meinen YouTube-Channel. Wo begeben wir uns hin? Auf Lama-Jagd. Wir jagen das Fortnite-Lama. Geil. Man sieht schon leicht. Ja, man sieht schon ganz leicht. Einfach ein Lama. Das ist zu fett, ne? Ich dreh durch. Jetzt geht's los. Okay, wir werden jetzt erstmal so ein paar Fotos machen und dann kommen wir zum Lama. Ein Lami, Junge. Ich glaub's nicht. Max. Kriegst du Glücksgefühle? Ja. Thomas. 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 Oh mein Gott. Das ist das Lama, weißt du? Jeder kennt. Geil. Okay, meine Freunde, wir werden jetzt erstmal so ein paar Fotos machen und dann kommen wir zum Lama. Aber ihr könnt es ja schon so ein paar Sätze sehen. Ja, ja. Wir wollen jetzt kommen hier mal zum Lama. Das hab ich nicht gewonnen. Setz dich mal drauf. Ach komm, der ist stabil. Meinst du? Ich glaub, ich hab's für mich das zusammen. Ich stehe vor der Kopf, da ist so ein Childi draus. Ich stehe vor der Kopf, da ist so ein Childi draus. Ich stehe vor der Kopf, da ist so ein Childi draus. Ach, direkt, Alter. Ach, direkt, Alter. Ach, Adria. Ich geh gleich. Ich geh zu viele Leute. Ich geh zu viele Leute. In verschiedenen Städten, weil die Slam ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, dass die sind. Und ich hab gesagt, die sollen anziehen, welche Nummern drauf stehen. So Koordinaten im Fortnite, dann soll da irgendwas sein. Ich weiß nicht, die haben das hier ja schon alles abgesucht, die gucken überall, aber da ist nix. Das wäre natürlich krass, wenn wir hier irgendetwas machen, oder? Keine Ahnung. Ja. 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 Meinst du, das Teil ist schwer? Ich hab von der Playstation. Ich bin früher in der Schule, wir haben auch immer frech von FIFA gespielt. Ja. Ja. Damit setz dich mal auf Stama. Komm. Setz dich mal drauf, Bruder. Ja. 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 Wie heißt der? Meisterland. Lamy. Er hat seinen Lamy gefunden. Sind die Lama Jäger. Oder er soll immer ein paar Ressourcen troppen, Däger. Macht kein Auge. Er sucht immer noch nach der Nummer. Richtiger Ehrenmann, ja. Meine Damen jetzt. Jungs, ich bin weg. Tschüss. Hast gut. Tschüss. Ja klar, kommt. Danke schön. Haut rein. So meine Freunde, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach nochmal hier alles Revue passieren. Und zwar, ja, wir haben das Fortnite-Lama tatsächlich gefunden. Aber da waren jetzt auch nicht irgendwelche Hinweise. Also bin ich ganz ehrlich, da war weder ein Epic Games Mitarbeiter. Da war nirgendwo irgendwie eine Nummer, da wurde ja spekuliert, dass da eine Nummer drauf sein soll. Und dann die Koordinaten in Fortnite und dann soll da irgendwas Besonderes sein oder so. War alles nicht. Also es war wirklich einfach nur ein normales Lama. Letztendlich, ich persönlich denke, Epic Games macht einfach so eine Art Promo-Move. So einfach so ein bisschen wie in California in der Wüste ist ja auch zum Beispiel dieser Dürr Burger gefunden worden oder diese Fahrzeuge. Und deswegen so denke ich, dass Epic Games das halt auch einfach jetzt hier in Europa macht. Einfach überall so ein paar Lamas hinstellen. Man sieht ja, viele Fortnite-Fans sind immer da, viele Leute, die sich darüber freuen. Und ich glaube, so machen die einfach echt so ein bisschen Season 5 halb, oder was denkst du? Ja, ich glaube auch, weil guck mal hier, wir sind da angekommen. Die ganze Kids waren da am chillen, ne? Ja, ja. Wir waren die ganze Zeit am chillen, haben die ganze Bilder gemacht, nach Hinweisen gesucht. Das ist auch wieder so ein bisschen Promo für Epic Games und Fortnite, ne? Dass das Ganze auch immer wieder so im Hype bleibt und nicht immer wieder so direkt abtaucht. Genau, ja. Das ist meine Meinung. Der Kiosk-Besitzer macht jetzt sogar auch mehr Patze, ey. Die Frage ist ja auch, ob das wirklich auch dem Kiosk-Besitzer gehört, ne? Das ist die Frage. Das weiß auch niemand. Ist es jetzt von Epic Games wirklich direkt, also von Epic, oder ist es von dem Kiosk-Besitzer, der das da hingestellt hat, um ein bisschen mehr Paare rauszuziehen? Ich weiß es nicht. Also gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, das wird es von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Verprügelt echt alle mal den Like-Button, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram, Leute. Ich werde gleich das Bild posten mit dem Lama. Checkt auch gerne Summit auf Instagram aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Kramix. Ciao.